Servus, Eiseke Deutschland. Wir wenden uns heute an euch mit einer dringenden Bitte. Unser Heimatverein der EVO Füssen braucht eure Unterstützung. Jeder Euro zählt und kann helfen, unseren Verein zu erhalten. Zusammen können wir dafür sorgen, dass die Tradition und Leidenschaft für Eiseke in Füssen weiterlebt. Jede Spende, egal wie klein oder groß, kann einen Unterschied machen. Lasst uns gemeinsam ein Zeichen für den EVO Füssen setzen. Vielen Dank.